Ey, ich mache, ich habe keine Ahnung, wie viele Kreuze in den Kalender ich machen werde, aber so gefühlt 20 bis 30 Kreuze in den Kalender, wenn wir dieses Spiel durch haben. Jetzt wird eine zur Tür, wo ich nicht reinkomme. Keine Ahnung, wo ich da rein muss, um da hinzukommen. Ey. So, das ist jetzt offen, aber ich komme wieder nicht darüber. Muss ich da rüber? Wahrscheinlich, ne? Ach, Junge, Junge, Junge. Das wird dann der Ausgang da drüben sein. Ob ich hier einfach runterhüpfen kann? Ah ja. Ach, gucke. Wunderbar, Wunderextrakt erhalten. Sehr gut. So, da hoch muss ich dann irgendwie, ähm, ja, oder so ähnlich. Hier ist eine Treppe? Wo geht's denn hier hin? Hm? Das sieht aus wie eine Leiter. Ist aber keine. Boah, wie riesig ist denn dieses scheiß Schloss? Ah, okay, hier bin ich jetzt. Gut. Da haben wir den Weg auch geöffnet. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier. Wo komme ich hier hin? Es ist unfassbar, wie riesig dieses scheiß Schloss ist, ne? Ah. Schalter Nummer 3. Fehlen hier nur noch 3. Äh. Okay. Gut, gut, gut. Der ging jetzt verhältnismäßig einfach. Das ist man von dem Spiel gar nicht gewohnt. Warum war denn dieser Schalter jetzt einfach da? Böhm. Das macht mich stutzig. Das macht mich gerade extrem stutzig, dass dieser Schalter so einfach ging. So, okay. Dann gehen wir hier rein. Noch eine Tür. Da ist noch ein Schalter. Da ist noch ein Schalter. Ähm. 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 Okay. An den Raum erinnerst du dich? Ähm. 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 Kann man auch gar nicht so machen. Okay. Die zweite Bombe war schon richtig? Dachte ich mir schon fast. So, ne? Na gut, okay. Schalter Nummer vier. Okay, gerade geht's wie's Brezelbacken. Ich sollte nochmal speichern, ne? Was haltet ihr davon? Ach. Gute Idee, ne? So, okay. Haben wir. Dass die Typen jetzt wieder geresporen sind, finde ich nicht okay. Aber gut. Von mir aus. Juckt mich gerade nicht. So, da ist noch eine Tür. Ähm. Zwei, vier, sechs. Okay. Ernsthaft? Gehen die immer eins weiter höher? Hä? Hä? Ja, noch eine Kiste. Mit einem Heilkraut. Wow. Toll. Super. Danke, Spiel. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Ja, vielleicht doch. Ein Heilkraut. Wow. Okay. Gut. Ähm. Jetzt komme ich auf jeden Fall hier unten lang. Hier kann ich jetzt so so ein Dings droppen. Und. Ich weiß gerade nicht, wo ich da hinkomme. Ich lasse das mal lieber. Ah ja, okay. Aber. Aber auch von hier komme ich nicht da runter. Was mache ich denn? Jo, eine gute Nacht, Dermi. Schlaf schön. Sag schönen Gruß zu Hause. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wir haben es schon wieder so spät, ey. Ich möchte es aber noch schaffen. Wir haben nur noch zwei. Okay. Hä? Aua. Aua. Ach Gott. Hier oben sind noch so Dinger? Ja. Ja. Ich muss gerade mal gucken, wo das Ding hin muss. Der runter. Okay. Au. Das war doof von mir. So. Jetzt kommen die runter. Huah. Es ist gepiepselt. Es muss jetzt nicht sein. Äh. Ha, ha, ha. Nee. Jetzt komme ich doch nicht mehr da hoch. Ne. Och. Wie geht denn das jetzt wieder? Wahrscheinlich muss ich auf die Säule, ne? So geht's auch. Okay. Problem gelöst. Und? Wir bekommen so ein Wunderding wieder. Oh Mann, ey. Ich brauche doch keine Zaubertränke oder irgendwie so ein Quatsch gerade. Das hat mir gerade gar nichts gebracht. Super. Oh, das ist ein bisschen nervig. Aber nur ein Lüsschen. So viel. So, ich hoffe, ich habe die Tür jetzt richtig. Weil wenn ich die jetzt nicht richtig habe, muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Oh, ein Glück ist es richtig. Oh, ich hatte gerade echt Schütze, als ich runterfalle. Oh. Klammwerfwasser. Oh, warte mal. Ich muss gerade die Waffe wechseln. Super, der ist weg. So, hier oben ist wieder so ein Ding. Hier ist ein Schalter. Oh mein Gott. Äh. Äh. Wo geht denn das hier los? Ach, jetzt muss ich mir das auch noch merken, in welche Reihenfolge die Dinger fauchen, oder was? Äh. Oh, scheiße. So, jetzt der. Dann der. Und dann der nächste. Ach. Nicht weit genug gehüpft. Sprungpassagen um die Uhrzeit, ne? Dummpassagen um die Uhrzeit. So, da muss ich jetzt rüber. Nein! Ah. Ich doof. Ich doof. Pff. Gerade so runtergehüpft noch. Ruhig bewahren. Ruhe bewahren. So, okay. Kann ich da ruhen? Na, gucke. Machen wir das so. Okay, das grün. Jetzt möchte ich nochmal auf den Schalter. Okay. Schalter ist, glaube ich, eher zu machen. Ähm. Habe ich die gerade rumgedreht? Ja, habe ich. Oh, nö. Sprungpassage. Des Todes. Da komme ich gar nicht rüber. Oh, ich muss hier unten liegen? Ich muss einmal mit dem ganzen... Oh, nö. Ich muss einmal durch das ganze Ding durchhüpfen. Oh, oh. Warum? Oh, ich muss einmal für alle drüber hüpfen. Oh, nö. Au. Das Spiel hasst mich. Oh, nö. Ich dachte, ich schaff's. In der... Angegebenen... Zeitspanne. Oh, mein Scheiß. Wenn ich das schnell mache, schaffe ich das komischerweise, ne? Wenn ich's langsam mache, dann schaffe ich das nicht. Oh, nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Das Spiel hasst mich wirklich. Ich hasse das auch. Hey, es tut mir leid, aber ich mache jetzt hier einen Save an der Stelle. Ist mir scheißegal. So. Hö, hö. Wer will mir denn was? Nein. Das war mir so klar. So. Laden. Nein. Falsch. Hier. Ich bescheiße nicht. Ich habe nur keine Lust, das jetzt ewig und drei Tage nachhüpfen zu müssen. Das ist mir einfach... Um die Uhrzeit habe ich da keine Geduld mehr dafür. So. Tür ist offen. Oh Gott. Äh. Warum ich nicht rechtfertige? Doch, ich mache das aber. Wo bin ich nun mal? Tür ist offen. Okay. Wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Ach, hier. Im Nebenraum. Okay. Hier ist wieder die Tür zu. Hier ist noch eine offen. Äh. Was? Wie? Ach so. Mein neues Perspektiven-Spiel. Spiel mit der Perspektive. Leck mich doch am Fuß. Mann. Hm. Oh. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Nein, ich hätte es doch geschafft. Scheiße. Ich hätte es geschafft. Oh. Oh. Oh, Mann. Ich komme einfach nicht rüber. Wieso? Du, 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 du. Kack-Ding da. Ja, schub mich noch da rüber. Wieso komme ich denn für Fickner-Mattern nicht hin? Ich glaube, du bist so froh, wenn du Alantra abgehakt hast. Oh, du kannst, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich sein werde. Wie gesagt, es macht mir ja Spaß, aber irgendwo hört es halt auch mal auf. Das Spiel, das ist halt einfach nur auf Folter ausgelegt. Nur Folter. Au. Siehst du schon aus dem Fenster fliegen? Nein. Ich werde es nie wieder anrühren. Wieso komme ich denn da nicht hin? Was soll denn der Scheiß? Arrr. Wo ist ich hier hoch? Gleich ist er wieder tot. Nein, nein, nein. Gleich ist er wieder tot. Ich habe ja einen Safe. Uah. Tschüss. Ach, wieso komme ich denn da nicht hin? Uah. Uah. Ach, Mann. Ah. Ich mag das Ding nicht. Ich habe Angst. Ich sage dazu nix. Ich sage dazu jetzt gar nix, ne? Mir gerade so egal. Jetzt kann ich vorstellen, wie egal. Oh, ich habe wieder eine Kugel auf dem Wands gekriegt. Ja, super. Oh. Ich wollte speichern. Fällt mir gerade ein. Äh, ich nehme gerade mal hoch. Ähm, hallo? Ich wollte was heilen. Mich. So, jetzt speichere ich einmal. Sorry, wenn das Bild nicht fullscreen war. Jetzt gehe ich erst mal hier oben lang. Ist mir egal. Das Inventar ist nicht mehr so voll. Es geht. Ach, scheiße. Das war verkehrt. Vor allen Dingen. Ich muss ja. Oh. Das fällt mir gerade auf. Ich muss links enden. Ich muss hier enden. Wie mache ich denn das? Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Oh Gott. Also ich muss erst. Da, 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 da zurück. Uff. Komm ich ja durch? Ja. Ah, easy. Das war jetzt einfach. Wenn man einmal weiß, wie es geht und man das trifft mit den Knöpfen, dann ist es ja easy. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. Gut. Habe ich noch genug Entschlüssel? Habe ich noch genug Entschlüssel? Hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon. Was soll ich denn jetzt hier noch? Ich habe einfach nur die Tür jetzt geöffnet oder was. Oh wow. Ne, ich gehe nicht nochmal in den Kuhstall. Gieß es. Aber ich muss wahrscheinlich nochmal da rein. Ich habe eine Abkürzung aufgemacht. Ja, scheinbar. Ich habe eine Abkürzung aufgemacht. Das ist ja vollkommen okay. Also da, 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 ja. 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 Das ist okay. Jetzt muss ich aber wieder hier runter. Hier ist man hier links. Hu hu hu. Da kommen die rein. Da kommen die rein.